moin und willkommen ich habe was lautes für euch was richtig schön ist was aber auch laut ist von agento zwar die red thunder eine 16 schuss salut batterie mit wunderbaren blinkerfeuertöpfen 20 mm kaliber 145,6 gramm nem 16 sekunden wie gesagt brenndauer weiß blinkerfeuertöpfe zu roten leuchtsporstieg mit lautstarken titansaluts das bild ist auch sehr vielversprechend ja ich wills säcken die zünden wir jetzt und dabei wünsche ich euch ganz viel spaß so als nächstes die red thunder ein bisschen hier alle mal aus den häusern holen ein bisschen wach machen hier saftiges ding sehr sehr saftig und dann Untertitelung des ZDF, 2020